Mein Frühstück beginnt am N1X, wo ich sehr viel Zeit damit verbringe, da die Tastatur und der Klang mir einfach sehr viele Möglichkeiten bieten, mich musikalisch, emotional auszudrücken. Das, was ich ins Instrument reinstecke, bekomme ich auch voll und ganz wieder zurück und das macht einfach mega viel Spaß. Mein Name ist Mati Ciro, ich studiere am Mozerteum in Salzburg, mache nächstes Jahr meinen Master fertig und wenn ich mit meinem Ensemble Liaison auf der Bühne spiele, dann mit dem N3X, dem großen Bruder vom N1X, der noch mehr Klangvielfalt, auch noch mehr Klangvolumen bietet, wo ich mich grenzenlos ausdrücken kann, wo ich Emotionen wecken kann und das macht mir und dem Publikum einfach eine riesen Freude. Die technische Einbindung von der kostenlosen Smart Pianist App bietet mir unzählige auch technische Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass ich mich aufnehme oder einfach mal einen Song aus YouTube importiere, aus iTunes und Liedsheets erstelle, schnell in die Praxis eintauchen kann und das alles auf einem Instrument, wo ich auch mit Kopfhörer stundenlang und auch in der Nacht üben kann. Also macht mega, mega viel Spaß und gehört gespielt und ausprobiert.